Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Glücksmomente Oktober 2017 Es gibt ein Energiefeld für Glück. Das ist die Einfluss von Fortuna und Fortuna beschenkt uns, beschenkt uns mit Glück. Dieser Energiefeld ändert sich Tag zu Tag. Ich könnte jeden Tag das natürlich vermitteln, ab und zu mache ich das auch mit meiner Glücksenergie. Aber viel wichtiger ist, wie trifft es Sie persönlich? Wann haben Sie diese Glücksmomente? Und wir begrenzen das im Zeitraum von Oktober 2017. Und es ist auch wichtig zum Erkennen, wo liegt das Glück? Ist es Beruf? Ist es die Finanzen? Ist es Gesundheit? Ist es auf einer Reise? Ist es familiär? Ist es im Freundeskreis? Oder ist es in die Liebe? Das kann ich exakt berechnen. Diese Art von Beratung nenne ich als Blitzberatung. Wie funktioniert ein Blitzberatung? Sie schreiben mir ein E-Mail. Diesbezüglich brauche ich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch meine E-Mail-Adresse. Dann schreiben Sie dazu Glücksmomente Oktober 2017. Und ich werde diese E-Mails persönlich blitzschnell beantworten. Und teile ich mit die Glückstagen und auch, in welchem Lebensbereich haben Sie das Glück? Das Ganze kostet 10 Euro. Und daran denken bitte im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Dort, wo das Glück liegt. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Vielen Dank.